Musik Hi, guten Morgen Leute! Ich grüße euch heute zum zweiten Teil meiner Serie auf Tour mit Grat und Kompass. Ja, heute haben wir den Kompass als Thema. Wie ihr seht, ist das Wetter wunderbar und da habe ich mir gedacht, warum sollen wir das zu Hause machen? Gehen wir doch einfach ein bisschen raus, da lässt sich das auch alles ein bisschen besser erklären. Also, wenn ihr wieder Lust habt, schaut mir zu und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. So, das heutige Thema ist ja der Kompass. Ich habe jetzt meinen Silver Ranger S dabei, einen anderen habe ich leider nicht zum Vergleichen. Und jetzt wollen wir uns erstmal angucken, wie der Kompass aufgebaut ist. Da sehen wir ja hier schon mal, dass wir hier einen Spiegel haben. Den brauchen wir später für die Peilung. Dann haben wir hier oben, ich will sehen, ob ihr es so sehen könnt, einen Peilungspunkt. Da können wir später die Richtung peilen. So, dann haben wir eine dürstsichtige Bodenplatte. Das ist halt gut, wenn man auf der Karte dann den Kompass anlegen will, kann man das alles schön einordnen. Ja, was haben wir hier noch auf dem Kompass? Wir haben hier einmal die Maßskala für die Karten von 1 zu 25.000. Auf der rechten Seite. Auf der linken Seite haben wir die Maßskala für die Karten von 1 zu 50.000. Also hier ist der Maßstab schon umgerechnet. Dann habt ihr jetzt hier zum Beispiel 500 Meter, 1 Kilometer und 1,5 Kilometer. Dasselbe ist auch bei der 1 zu 50.000 Skala. Dann haben wir hier vorne eine Millimeterangabe, bis 40 Millimeter. Dann haben wir die Kompassrose hier oben. Da ist die Gradskala mit drauf. Für, wenn man eine Kreuzpeilung macht oder, ja, man kann auch mit Marsch zahlen. Marschieren. Und da kann man diese Gradierung benutzen. Hier drauf ist auch die Einteilung Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, was haben wir hier noch? Dann haben wir eine flüssigkeitsgelagerte Kompassnadel. Und in der Kompassnadel drinnen, auf dem Boden, seht ihr hier diese Linien. Das sind quasi die Nord-Süd-Linien, also zum Anlegen des Kompass an den Nord-Süd-Linien. Ja, genau. Und damit können wir unseren Kompass dann ausrichten. Ja, was haben wir noch an dem Kompass? Ein Stück Schnur mit dran, zum Unterhalt hängen. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Also wir können den Kompass zur Peilung auf 45 Grad stellen. Dann können wir hier durch die Linse gucken. Dann können wir im Spiegel quasi sehen, wie unsere Richtung ist oder die Gradierung. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Kompass. So, wir haben ja auch noch hier diese Punkte oder hier oben auch. Das ist für die Nachtsichtfunktion, also man könnte auch nachts peilen oder die Richtung festlegen. So, ja. Ich denke, damit habe ich erstmal alles gesagt, was den Kompass hier betrifft. Also man kann natürlich auch hier noch dann schön Linien ziehen, also als Lineal benutzen hier. Genau. So, ja, wie arbeite ich jetzt mit so einem Kompass? Das ist jetzt die Frage. Also, wir sind heute hier an diesem Punkt. Da sind wir jetzt. Hier ist ein kleiner Grillplatz. Da finden wir uns jetzt. Und, äh, das wäre jetzt unser Standort. Und ich sage jetzt mal, ich würde gerne jetzt hier hoch auf den Spitzeberg. Hier. Der liegt bei 404,6 Meter. Ich hoffe, ihr könnt es richtig sehen. Also, wie komme ich jetzt von Punkt A nach Punkt B. So. Da gehe ich jetzt hier her. Ich lege den Kompass hier an. Von meinem Startpunkt zu meinem Zielpunkt. Könnt ihr es sehen? Ja. So, und jetzt, warte ich mal ein bisschen zurück, so. Jetzt gehe ich her. Richte die Kompassnadel, also die Kompassrose. Mit den Nord-Süd-Linien. Moment, ich gucke mal hier. Mit den Nord-Süd-Linien der Karte aus. Also, hier ist die Nord-Süd-Linie auf der Karte. Und die richte ich jetzt mit diesen Nord-Süd-Linien in der Kompassrose aus. Jetzt hätte ich schon mal die Richtung, in die ich gehen müsste. Wenn ich jetzt losmarschieren wollte, müsste ich quasi den Kompass so lange drehen, bis die Kompassnadel mit dem Norden auf der Skala übereinstimmt. So. Das hieße jetzt, in dem Fall wäre das so. Und das hieße, dass wir jetzt hier in diese Richtung laufen müssten. So kommt ihr vom Punkt A zu Punkt B. Zu beachten ist allerdings, dass ihr dann querfeldein lauft. Also den geraden Weg. Von hier nach hier. Ja. Da habt ihr natürlich dann... Habt ihr natürlich dann... Auch Hindernisse, die ihr umgehen müsst, wenn ihr den geraden Weg geht. Wenn ihr jetzt mal schaut. Ich will jetzt von hier nach hier gehen. Dann seht ihr... schon mal, dass wir hier einige Höhenlinien haben. Die zu überwinden sind. Also es geht hier schon steil bergan. Das ist ja auch ziemlich eng gesetzt hier, die Höhenlinien. Und da könntet ihr jetzt den Weg hier lang gehen. Das ist natürlich etwas anstrengend. Was man noch machen kann, ist... Man könnte jetzt auch die Wege benutzen, hier die Pfade. Das heißt, ich müsste mir jetzt zunächst erstmal auf der Karte einen Weg aussuchen, wie ich da hochkomme. Wäre jetzt hier in dem Fall... Wäre jetzt hier in dem Fall... Wäre jetzt hier in dem Fall... Da geht es gar nicht lang. Also müsste ich in die andere Richtung gehen. Hier rum... Hier rum... Hier rum... Dann hier rum... Über den Spitzenberg... Und hier rum... Dass ich hier hochkomme. Das ist natürlich ein erheblicher Mehraufwand. Aber ist vielleicht einfacher zu laufen, wie querfeldein. Bei diesem Lauf auf dem Faden ist natürlich zu beachten, dass ich mich da nicht direkt an die Kompassnadel halten kann. Also ich müsste jetzt quasi hergehen und müsste bei jeder Wendung neu peilen, also neu den Kompass einrichten. Das hieße... Ich versuche es euch mal hier oben zu erklären. Hier kann man es, glaube ich, schöner sehen an dem Wanderweg. So... Nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier stehen... Und will jetzt hier hoch. Das heißt... Ich müsste jetzt hier... meine Kompassnadel wieder ausrichten. Auf Norden. Aber jetzt nur für das Stück von hier bis hier. Dann drehe ich die wieder... bis auf Norden wäre. Und dann würde ich in diese Richtung laufen. Wenn ich jetzt hier an dem Punkt wäre, müsste ich quasi neu einnorden... Also neu... Peilen... Das hieße, ich lege den Kompass... hier wieder an... Stelle meine Nadel wieder... überein mit den Nord-Süd-Linien... auf der Karte. Da muss ich ein bisschen rüberschieben, dass ich hier auch die Skala habe. So... Und dann... drehe ich wieder so lang... bis ich meine Richtung habe. Und dann würde ich weiter laufen. Allerdings wieder nur bis zu diesem Punkt hier. Und hier würde dasselbe wieder passieren. Ja... Also ich weiß, ich will hier in die Richtung... Ich lege meine Kompassnadel wieder... also meine Skala... meine Nord-Süd-Linie... wieder überein mit der Nord-Süd-Linie auf der Karte. Neue das ein... Drehe wieder meine Kompassnadel... dass die Nord-Übereinstimmt... und laufe dann zum nächsten Punkt. Ja... Also so müsstet ihr dort vorgehen. Das ist natürlich... mit Aufwand verbunden. Also man muss auch aufpassen... weil manche Wege sind durchgewuchert... also verwuchert... oder zugewachsen... und da findet man manchmal nicht immer gleich die Wege. Also es ist gar nicht so einfach... sich so im Feld fortzubewegen. Die gerade Linie ist natürlich der einfachere Weg... ne... von A nach B. Aber... spannender ist es natürlich... hier solche Wege zu gehen... und dann immer... neu einzumessen. Ne... Weil wenn ihr das nicht macht... kommt ihr von Weg ab. Also müsst ihr immer... neu peilen. so... ja... das da dazu. Das werden wir nachher nochmal gleich in der Praxis... vorführen. Ja... also zunächst mal... Grüße an Frank, ne... Hat sich ja bemängelt... dass ich mein... Fleischhiff nicht angespitzt habe. Habe ich hiermit getan, mein Lieber. Ja... So... Ja... dann kommen wir zum nächsten... Thema... Positionbestimmung... also Kreuzpeilung. So... Hier ist jetzt natürlich erstmal wichtig... dass wir unsere Karte wieder einordnen. Äh... Jo... Jetzt muss ich mal gucken... dass ich euch... bisschen besser das hier draufklicke. So... Wie der Frank hier in seinem Kommentar... mir mitgeteilt hat... Ja... das habe ich vergessen beim letzten Mal... oder ist in der Hektik untergegangen... Wenn ihr eine Karte einordnet... müsst ihr natürlich... hergehen... müsst auch... die Kante vom Kompass... an die... Nord-Süd-Linie... genau anlegen. Umso genauer ihr Arbeit... umso genauer wird auch... die Messung. So... Wie kann ich denn jetzt meinen Standort bestimmen? Äh... Sagen wir mal... Ich stehe hier irgendwo in diesem Bereich... und sehe von meinem Standpunkt aus... hier oben... den Turm... nur als Beispiel jetzt mal... und wenn ich in die andere Richtung schaue... sehe ich hier einen Kirschturm. So... Jetzt mache ich folgendes... Ich gehe jetzt her... Peile jetzt... mit meinem Kompass... diesen Turm hier an... ich stehe mal ein bisschen weiter auf... Ich stehe mal ein bisschen weiter auf... So... Mitte... Kompass... ne... Dann sehe ich jetzt hier... die Nordnadel zeigt in die Richtung... das heißt... ich müsste jetzt... meine Kompasshose... so lange drehen... bis die Nadel... mit dem Norden hier übereinstimmt. Daraus ergibt sich dann... die Gradzahl... von... vier Grad... die schreiben wir uns mal auf... also... vier Grad... das merken wir uns... So... jetzt schaue ich in die andere Richtung... dann... Peile hier den... Ups... hier... den Kirschturm an... guck du... Kirschturm... ist da... da... Peile hier den Kirschturm an... drehe jetzt wieder... die Kompassnadel... so... mal hin... so lange... bis... also... die Kompasshose... so lange... bis die... Nadel... mit dem Nord... übereinstimmt. Daraus ergibt sich dann... wieder meine Gradzahl... das wäre jetzt hier in dem Fall... 86 Grad... so... 86 Grad... das merken wir uns auch... jetzt kann ich hergehen... wo ist die Kirsche... da... legt den Kompass hier an... an der Kirsche... und jetzt drehe ich... also... ich mach's mal grob... drehe ich so lang... den Kompass... bis ich... Norden... mit der Nadel übereinstimmt... und ich... bei meinen... 86 Grad... bin... hier oben... auf der... Skala... jetzt... so... jetzt ziehe ich mir einen Strich... entlang... des Lineals... so... und irgendwo... irgendwo... auf dieser Linie... befinden wir uns jetzt... um uns jetzt den genauen Standpunkt... daraus zu finden... lege ich jetzt quasi... den Kompass auch hier... an den Punkt an... den wir ausgewählt haben... so... drehe... so lang... bis ich auf meinen 4 Grad bin... so... das wäre jetzt der Fall... und jetzt... habe ich wieder hier den Punkt... und jetzt... drehe ich... den Kompass wieder so lange... ist die Nadel... die der beeinstimmt... und ich... und ich... meine 4 Grad habe... so... jetzt... ziehe ich hier auch den Strich... schuppdiwupp... jetzt bin ich ein bisschen verrutscht... so... ziehe ich hier auch den Strich... entlang... dann müsst ihr gucken... dass er ziemlich genau arbeitet... dann verlängere ich mir jetzt nochmal... so... daraus ergibt sich hier die Schnittstelle... und daran... und in dem Bereich... also hier... in dem Bereich... würdet ihr jetzt irgendwo stehen... das geht eigentlich relativ gut... aber manchmal... also man muss es ein bisschen üben... und dann hat man... kriegt man das eigentlich ganz gut hin... das machen wir nachher jetzt... dann auch nochmal in der Praxis... wenn ich einen schönen Ort finde... wo man das gut sehen kann... aber so wäre die Theorie... ne... so viel dazu... so... als nächstes... wie kommen wir zu unserem Ziel... also ihr seht ja... also ich bin jetzt hier ungefähr... an dem Platz... sagen wir mal... wo das... wo der Rettungspunkt jetzt ist... und hier hinten... ist jetzt eine Quelle... und ich sag mal so... wir versuchen jetzt mal... zu dieser Quelle hinzukommen... das heißt jetzt... also unsere Karte liegt ja noch... ausgerichtet... Richtung Norden... und... könntest sehen... nö... so könntest sehen... also unsere Karte... liegt ja jetzt noch... Richtung Norden... ausgerichtet... so... wie komme ich jetzt zu der Quelle... das heißt... ich lege jetzt hier... von dem Standpunkt... wo ich bin... ich mache es genau so... ein bisschen so... ja... lege ich jetzt... quasi... von meinem Standpunkt aus... zu der Quelle... den Kompass an... so... jetzt gehe ich wieder her... drehe die... Kompass... Hose so lang... bis die... Moment... wo haben wir jetzt... eine Nord-Süd-Linie... so eine... da ist eine... so... also da ist die Quelle... so... hier ist die Nord-Süd-Linie... so... hier ist jetzt... die Nord-Süd-Linie... jetzt... würde ich den Kompass... auch wieder... so lang... drehen... bis Norden... die Nord-Nadel... mit Norden... auf der Rose übereinstimmend... so... jetzt kann ich hergehen... ich hoffe... ihr seht das auch... dann jetzt... so... jetzt könnte ich eine Peilung vornehmen... ja... also... ich... würde jetzt quasi sagen... so... ne... also... in diese Richtung... müsste ich laufen... jetzt seht ihr hier hinten... jetzt seht ihr hier hinten... ist dieser eine Baum... ne... ist gar nicht so leicht... also jetzt hier... hier oben der Baum... den könnte ich jetzt als Anhaltpunkt nehmen... für... meine Richtungsbestimmung... na... so peile ich jetzt... wo ich lang will... und ich würde sagen... wir gehen jetzt mal los... und machen noch so ein paar... Richtungsbestimmungen... dann schauen wir mal... wo wir rauskommen... jo... dann kommt mal mit... so... also... jetzt schauen wir uns... zunächst mal auf der Kart an... wo wir denn lang gehen wollen... also... wir sagten ja... wir wollten zu der Quelle gehen... haben das ja auch schon eingehen... und jetzt sehen wir hier... haben wir eine hellgrüne Fläche... das ist eine Wiese wohl... dann kommt hier... ein kleiner Bachlauf... oder Flüsschen... und hinten dran... sitzt irgendwo die Quelle... so... das sind die Hindernisse... die wir... überqueren müssen... um jetzt festzustellen... wie weit... die Strecke bis dorthin ist... legen wir... unserem... unsere Skala hier an... in dem Fall... 1 zu 25.000... weil die Karte ist auch... 1 zu 25.000... dann sehen wir hier... von dem Nullpunkt... bis zur Quelle... sind es dann... circa... 200 Meter... so... und jetzt... stelle ich mich hier hin... so... schaue auf meinen Kompass... und jetzt... drehe ich mich... so lange... mit dem Kompass... bis meine Nordnadel... mit dem Norden... auf der Skala übereinstimmt... dann sehe ich... in welche Richtung ich muss... Moment... dann sehe ich... jetzt kann ich peilen... und dann sehe ich... ich muss hier... in diese Richtung... ja... und da wollen wir jetzt mal angehen... also... kommt mit... Was ich noch empfehlen kann... so eine Kartentasche... könnt ihr euch umhängen... und die Karte wird nicht nass... wenn es regnet... und ihr habt es direkt... vor euren Augen... und könnt... so wunderbar... euch orientieren... also... schaue noch mal... in diese Richtung... dann gehen wir mal los... bis gleich... so... hier ist die große Wiese... die wir... schon hinter uns gelassen haben... und hier sehen wir... an den... kleinen Bachlauch... kleinen Bachlauch... und hier sehen wir... jetzt rüber... weil... gleich ist hier der Mist... so... wir schauen... noch mal... zur Kontrolle... auf unsere... Kompassnadel... das sieht... noch in der... richtigen... Richtung... und hier sehen wir... da drüber... ein... wir... noch mal... so... schauen wir na... mal... hier... los... und gehen wir mal auf... hoch... Okay. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir an der Quelle angekommen. Jetzt sind wir hier an der Quelle angekommen, jetzt ist hier oberhalb der Quelle ein Wanderweg. Und ich sag mal so, wir wollen jetzt mal auf dem Wanderweg entlang gehen. Dazu genommen erstmal unsere Karte hier ein. So, das stimmt jetzt schon so. So, und jetzt wollen wir auf diesem kleinen Wanderweg hier. Wollen wir entlang laufen, das heißt, ich lege jetzt wieder meinen Kompass hier an. Dann drehe ich die Rose bis die Nord-Süd-Linie wieder mit den Nord-Süd-Linien auf der Karte und drehe mich wieder so lange, bis die Nord-Nadel mit Nord übereinstimmt. Dann sehe ich, dass ich in die Richtung muss. Also hier entlang. Das machen wir jetzt. Jetzt befinden wir uns hier auf dem Weg. Wie ihr seht, die Kompassnadel zeigt die Richtung an. Da lang. Dann gehen wir jetzt mal ein Stück. Wir sind jetzt hier den Weg runtergekommen. Jetzt geht hier so ein kleiner brauner Pfad entlang. Da will ich jetzt entlang. So, jetzt ist natürlich der Punkt, wie ich euch vorhin gesagt habe, ihr müsst jede Richtungsänderung neu einmessen. Das heißt, wir sind jetzt hier an dem Punkt. Ich will jetzt hier entlang. Ich drehe wieder die Kompassrose so lange, bis die Nord-Süd-Linien wieder einstimmen. So, und jetzt drehe ich mich so lange, bis Nord auf Nord zeigt. Und dann zeigt der mir schon an, dass ich in die Richtung muss. Also hier entlang. Ja, damit wären wir auch schon um die Kurve rum. Also, wir sind jetzt genau an dem Punkt. Wir sind hier gekommen. Hier rum. Und jetzt wollen wir hier hoch. Das heißt auch hier wieder, dass wir den Kompass wieder neu einmessen müssen. Das heißt, wir rocken unsere Tarte ein. So, das liegt schon ganz gut. So, jetzt sind wir hier an dem Punkt. Jetzt wollen wir in diese Richtung. Jetzt drehen wir unsere Nadel wieder bis Norden mit den Nord-Süd-Linien auf der Karte übereinstimmend. So. 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 So, jetzt sind wir an der Kreuzung hier, jetzt Norden wir erstmal unsere Karte ein. Das wäre jetzt so, hier wäre jetzt Norden. So, wir sind jetzt hier an dem Punkt, Moment, so, wir sind jetzt hier an dem Punkt, da. Wenn wir jetzt gucken, ein Weg geht da lang und der andere Weg, der hier, geht genau so lang, wie es in der Karte beschrieben ist. So, jetzt würde ich mal gucken, also ich hatte jetzt vor, hier auf dem Hauptwanderweg ein Stück lang zu gehen. Und dann hier hoch und hier hoch und dann ist hier ein schöner Platz. Das heißt jetzt wieder, wir legen jetzt den Kompass hier an. Das ist ja unsere Laufrichtung. Jetzt drehen wir die Nadel wieder so lange, bis die Nord-Süd-Linie auf der Karte mit der Nord-Süd-Linie in der Rose übereinstimmen. Und dann seht ihr, dass das hier auch die Marschrichtung ist. Da ist der Weg. So, und dann gehen wir jetzt erstmal lang, bis wir hier zum Ende von dem Roten kommen. Also hier an den Punkt. Wir sind jetzt ein Stück gelaufen. Und wir befinden uns jetzt genau, hier war der Hauptwanderweg, ist immer lang. Jetzt befinden wir uns hier genau an dieser Ecke. Jetzt ist folgendes, jetzt seht ihr, hier kommt ja ein Pfad. Das Problem ist, manchmal kann man die gar nicht erkennen. Aber um euch zu orientieren, muss man da schon drauf achten, dass ihr wisst, wo ihr seid. Und dann geht hier ein Weg runter. Also der Weg, der runter geht, das wäre jetzt hier dieser. Den kann man ja relativ gut erkennen. So, der Weg, der aber jetzt da hoch geht, das ist dieser hier. Und da ist es schon schwierig, sich einen Weg beizudenken. In der Karte ist aber eingezeichnet. Also es ist manchmal gar nicht so einfach, sich auf diesen Pfaden zu bewegen. Da müsst ihr aber drauf achten. Dann habe ich noch eins, und zwar habe ich euch ja in den Wanderwegen gezeigt, dass die hier immer mit solchen Markierungen, hier wie hier, gezeigt sind. Und die sind alle paar Kilometer im Wald verstreut. Und das sieht dann so aus, als Anhaltspunkt, dass ihr mal wisst, wie das im Original aussieht dann. Genau. So, das ist ja so, wenn ihr die Route jetzt verfolgen würdet... Moment, ich gucke mal, ob ich es richtig kriege. Schupp, 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 wo ist mein Bleistift? Also wir wären jetzt hier an dem Punkt. Theoretisch müsstet ihr jetzt hier neu einmessen, weil der Weg ja hier einen leichten Knick macht. Aber ich kenne mich ja hier aus. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Wir machen das dann später hinten wieder. Also wir gehen jetzt erstmal weiter bis zu dieser nächsten Kreuzung. Na? So, dann bis gleich. So. Jetzt sind wir am nächsten Punkt angekommen. Mal über die Karte hier. So, jetzt sind wir am nächsten Punkt angekommen. Wo sind wir? Ja. Da. Das ist der nächste Kreuzungspunkt. So, hier runter geht der Hauptweg. Das ist der da. So, hier hoch. Der da. Ist ein kleiner Pfad. Das ist der hier. Und wir wollen... Also wir von hier sind wir gekommen. Das ist hier hinter mir. So. Und wir wollen jetzt... Wir wollen jetzt hier den Weißen bis zu dem Punkt gehen. So. Auch hier wieder legen wir unseren Kompass an. Wir richten die Nord-Süd-Linie mit der Karte, also mit der Nord-Süd-Linie des Kompass aus. Drehen unseren Kompass. Und er sagt uns ganz genau da lang. So. Dann geht's weiter. So. So. Wir sind am nächsten Punkt angekommen. Das war jetzt hier. hier. Die Schnittstelle. Die Schnittstelle. Der Weg liegt jetzt in dem Meer. Der geht hier weiter. Und wir wollen aber hier lang. Und dann... Sonst geht hier hoch. Dann hier oben lang. Und hier ist unser Ziel. Also. Wir legen jetzt wieder. Wo haben wir jetzt? Da. Den Wombas hier an. Das ist hier unsere Marschrichtung. Immer in die Richtung. Ach. Der falsche Hand. Ich schwitze ein bisschen. Das war am Boden. So. Ich gucke, ob ich es so kriege. So. Dann drehen wir jetzt hier die Nadel. Also die Rose so lang, bis die Nord-Süd-Linie übereinstellt. Das wäre jetzt. So. Dann zeigt er uns jetzt hier wieder an. Also da hoch. So. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Weil. Jetzt müssen wir hier auf die Skala. Wir sind ja jetzt hier. Und nach ca. 100 Metern. Da macht dann der Weg einen Knick. nach oben. Also hier der. Das sind dann ca. 100 Meter. Da macht der einen Knick nach oben. Da wollen wir das machen. Ja. 100 Meter. Mach ich das jetzt. Ja. Einfach Schritte zählen. Ne? Du musst halt mal gucken. Ich bin halt klein. Ich habe kleine Schritte. Wenn man Großes hat halt größere Schritte. Also ich mache zwei Schritte. Das ist dann bei mir ungefähr einen Meter. Ja. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Und immer so. So. Jetzt befinden wir uns hier. Genau. Wir wollen jetzt hier weiter gehen. Bis an den Eckpunkt. So. Ich laufe jetzt einfach mal. Das ist der Pfad. Wenn ich oben bin, melde ich mich nochmal. So. Jetzt sind wir hier. Genau an der Ecke angekommen. Und jetzt zeige ich euch noch einen coolen Ort. Ich hoffe die Kamera macht es noch mit. So Leute. Da wären wir am Ziel für heute. In der heutigen Etappe. Das sind schon schöne Orte hier. So Felsen. Ist ja versteckt. Geheimer Ort. Danke euch. Dass ihr mitgekommen seid. Ich hoffe ich konnte euch das Thema Fortbewegung mit Karte und Kompass. Oder auf Tour mit Karte und Kompass. Hier heute etwas näher bringen wieder. Wie man mit dem Kompass arbeitet. Ich hoffe es hat auch Spaß gemacht. Konntet etwas mitnehmen. Und ja. Wie gesagt. Die Kreuzpeilung hat ja leider nicht geklappt. Weil der Akku jetzt gleich leer ist. Da werde ich aber nächste Woche ein kleines Video zu machen. Weil da bin ich über das Osterwochenende mit dem Mega Crack unterwegs. Und dann machen wir eine kleine Tour. Und ja. Da werde ich es mal probieren mit der Kreuzpeilung. Und ja. Das war es auch schon wieder für heute. Ich werde jetzt absteigen. Wir hätten noch ein Käffchen trinken. Was essen. Und dann geht es schon nach Hause. Also. Wie gesagt. So. Es gibt lecker Nudeln mit Thunfisch. Das habe ich mir verdient nach der anstrengenden Tour. Ging aber schon gleich auf. Mhm. Cooles Franzmann Essen. Kann ich nur empfehlen. Ja.